Kapitel 20 Drei Spiele Tarsuin fand sich zitternd auf den Knien wieder und übergab sich herzhaft. Rotes Blut verteilte sich vor ihm auf dem mattschwarzen Boden, doch dies berührte ihn nicht. Es war ja alles nicht echt, obwohl es sich vor Sekunden noch so angefühlt hatte. »Es ist ja lächerlich«, krechzte er und spuckte nochmal etwas Rotes genau auf die Füße der Gestalt vor ihm. Das böse Knurren, das ihm darauf antwortete, gab ihm die Kraft, sich wieder aufzurichten. Frech lächelte er den Narren an. »Dein Leben war echt mitleiderregend.« Das bedrohliche Knurren wurde lauter. »Ich bitte dich«, fuhr Tarsuin herablassend fort, »müssen wir das jede Nacht durchkauen? Man hat dich mies behandelt, klar. Ich weiß, das lässt du mich immer wieder durchleben. Aber verdammt, sei ein Mann und verreckendlich mit Anstand.« »Ich hab noch viel mit dir vor«, sagte der Nar mit beherrschendem Wahnsinn. »Entweder unterwirfst du dich mir, oder du tötest dich selbst, wie dieses dumme Mädchen es gemacht hat.« Tarsuin rief zum ersten Mal ein kalter Schauer voller Angst über den Rücken. »Ja«, lachte der Nar ohne Freude. »Ich hab einen neuen Weg in deine Gedanken und Erinnerungen gefunden.« Das Abbild Winonas erschien plötzlich zwischen Tarsuin und dem Narren. »Nett? Wirklich?«, sagte der Nar höhnisch. »Vielleicht sogar hübsch, aber sie wird so enden, wenn wir mit ihnen fertig sind.« Das Abbild von Winona verzehrte sich, flimmerte und dann musste Tarsuin den Blick abwenden. Ihr Gesicht war zerschlagen, eigentlich nicht mehr zu erkennen, und nur ihre blutverschmierten Haare sagten ihm, dass dies Winona sein sollte. Ein Arm fehlte ihr, wie einst bei seiner Mutter wohl, und man hatte ihr die Augen. »Das ist alles deine Schuld«, sagte Winonas Gestalt, aber mit Teresas Stimme. »Du hättest eine Abmachung mit ihm treffen können.« Der Widerspruch in Bild und Stimme gab Tarsuin den Mut, das Mädchen erneut anzuschauen. Dann jedoch wandte er den Blick ab und konzentrierte sich wieder auf den Narren. »Das wird nie passieren«, sagte er überzeugt. »Und wenn, war nicht ich es, sondern du.« »Bist du dir denn da sicher? Du liebst die Kleine doch. Möchtest du ihr Leben riskieren, nur weil du glaubst, mir widerstehen zu können? Andererseits könnten wir wirklich eine Abmachung treffen.« »Mit dir? Du bist ein Lügner, und ich wäre der Nar, wenn ich dir glauben würde.« »Hör mir erst einmal zu«, sagte die düstere Gestalt und hatte plötzlich die freundliche Stimme von Professor Dumbledore. »Immer diese ungestimme Jugend. »Ich möchte doch nur hier raus und in den zurück, zu dem ich gehöre. Ist das denn so falsch?« »Darauf erwartest du jetzt all keine Antwort, oder?« »Warum nicht? Wenn du mir hilfst, zurückzukehren, verspreche ich dir, all deine Freude in Ruhe zu lassen. Mehr sogar, ich werde das Land verlassen und Großbristanien nie wieder betreten. Ich werde dir Wissen überlassen, wie du es nur in deinen kühnsten Träumen erringen könntest. Du könntest jedes Siegel hier im Land brechen, jeden Einzelnen von dieser unverdienten Last befreien. Willst du damit sagen, du weißt, wie ich dich loswerden könnte?« »Natürlich, schließlich habe ich das Ritual entwickelt.« »Und dich damit selbst verbannt,« lachte Tarsuin und ging ein paar Schritte beiseite, um die blutige Winona aus den Augen zu bekommen. »Sag mal, hast du dich jemals nicht geirrt?« »Sehr oft, und jeder, der mir nicht glaubte, lebt nicht mehr.« »Na, dann bin ich ja eine große Ausnahme, aber«, begann Tarsuin. »Bei einem solchen Versager muss man nicht stolz sein,« vollendete der Narr. »Das wolltest du doch soeben sagen, nicht wahr?« »Ich sagte doch, ich weiß, was du denkst. Und ich weiß auch, dass du mich wütend machen möchtest, damit ich nicht weiter in deine Erinnerungen stöbere.« Doch damit konnte er Tarsuin nicht schrecken. Zumindest nicht so sehr, wie der Narr vielleicht hoffte, denn eines schien er nicht zu können, die Erinnerungen wirklich zu verstehen. Außerdem hatte der Narr ein Geheimnis übersehen oder nicht begriffen, welches er sonst sofort gegen Tarsuin verwendet hätte. »Ach, so toll sind meine Erinnerungen auch nicht,« sagte Tarsuin cool, und da dies auch sein Traum war und der Narr gerade keine seiner Erfahrungen abrief, änderte er die Umgebung. Ein unheimlicher Gestank durchzog die Luft. Was kein Wunder war, schließlich standen sie auf einer Müllkippe. »Guten Appetit,« sagte er und machte eine einladende Geste zu der dunklen Gestalt. »Du willst doch meine Erinnerung. Was hältst du davon, einfach mal eine auszuleben? Vielleicht merkst du dann, was für eine Holzuse du selbst bist. Und da du ja meine Gedanken lesen kannst, weißt du, dass ich das auch so meine.« Tarsuin gönnte ihm eine obszune Geste. Er bereute sie nicht eine Sekunde, auch wenn es danach richtig schlimm wurde. Erster Weihnachtsfeiertag. Trotzdem war Theresa noch nicht in feierlicher Stimmung. Sie wusste, es lag nicht an ihren Großeltern, an keine McNamara, keine McAllister oder Darkcloud. Es war allein ihre Schuld. Sie verband einfach fröhliche Weihnachten mit der Anwesenheit von Tarsuin und Winona. Jeder objektive Betrachter hätte sich vielleicht darüber gewundert, wo sie doch schon in der Schule jede freie Minute miteinander verbrachten. Aber die verstanden es dann einfach nicht. Ohne die beiden hätte Theresa niemals erfahren, was echte Freundschaft und Familie war. Und wenn sie nicht da waren, fühlte sie sich einfach unvollständig. Ab und an nervte sie das schon selbst, doch es war vergeben, sich dagegen zu wehren, wenn man sich danach nicht gut fühlte. Und so wartete sie vor dem Kamin im Haus ihrer Großeltern. Dieses Jahr wurde hier gefeiert und las in einem Buch. Das war natürlich nur ein Vorwand, damit es nicht so aussah, als hätte sie gewartet. Rika neben ihr brauchte keine solche Ausrede. Die junge Frau saß da und zappelte die ganze Zeit herum. Mal tat sie Tarsuin's Lieblingsleckereien in eine Schüssel, dann wiederholte sie ein rohes Ei, welches wohl für Tiki gedacht war. Danach legte Rika Weihnachtsmusik auf, war mit ihrer Wahl unzufrieden, wechselte die Platte auf dem Grammophon und so ging das dann immer weiter. Theresa musste darüber das ein oder andere Mal lächeln, obwohl es sie schon ein wenig nervte. Aber sie hätte einen Teufel getan und Rika die Freude mit irgendeinem dummen Kommentar geschmälert. Ein Flammenschlag im Kamin ließ Theresa zusammenzucken. Oh, du wirst mir verdammt nochmal... Oh, schimpfte Winona. Was ist passiert? rief Theresa sofort besorgt. Ach, dieser verrückte Kerl, fluchte Winona. Da bin ich gerade dabei, ihm berechtigterweise klarzumachen und dann wirft er einfach sein Flohpulver in den Kamin und schickt mich hierher. Abgesehen davon, dass sowas extrem schief gehen kann, kann er doch nicht machen, was er will, oder? Och, er kann schon, sagte Rika wissend. Ja, aber allein in die Nocturngasse zu gehen, um was zu besorgen, ist doch dämlich und hätte auch noch Morgenzeit gehabt. Er ist in der Nocturngasse? war Theresa besorgt und wollte Samuel holen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Wir sollten ihn suchen. Nein, werden wir nicht, hielt Rika sie zurück. Lass ihn machen und wenn er in einer Stunde nicht da ist, gehen wir los. Aber du weißt doch, was letztes Mal passiert ist, verstand Theresa Rika einfach nicht. Wenn ihn nun... Solange er selbst diese Entscheidung trifft, muss man das akzeptieren, unterbrach Rika ernst. Er hat sicher einen Grund. Aber Rika, meinte jetzt auch Winona. Hättest du nicht gemeckert, hätte er dich sicher mitgenommen, lachte die Angesprochene und zwinkerte verschmitzt. Mein Gott, man sollte doch denken, ihr würdet den kleinen, sturren Kerl langsam kennen. Nachdenklich knifft Theresa die Augen zusammen. Du weißt doch was, vermutete sie und Rikas lachend verriet, dass Theresa damit recht hatte. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du auf eine solche Annahme kommst, meinte Rika so unschuldig, dass es nur falsch sein konnte. Was kann er denn in der Nocturngasse wollen, drängte Winona. Tante Glen ist doch in Hogsmeade. Nein, das kann es nicht sein, merkte Theresa an. Sie ist nämlich auch hier. Die McAllisters haben sie eingeladen und Hasin hat die Einladung auf Sick und Zack erweitert. Was ist es dann? fragte Winona. Etwas Wichtiges und nun mault nicht drum, lachte Rika. Es hat schon seinen Sinn. Ich verstehe nicht, wie du da so ruhig sein kannst, tat Winona nicht das, was ihr eben geraten worden war. Ganz einfach. Ich bin, dank euch dreien wohlgemerkt, abgehärtet. Habt Geduld. Er hat doch Tiki dabei. Das ist gar nicht so einfach, murmelte Theresa und konnte langsam verstehen, warum Rikas Art, Tarsuin zu erziehen, andere Erwachsene so irritierte. Natürlich beneidete sie den Jungen dafür, aber wenn sie selbst mal Kinder hatte, dann würde sie das niemals so machen. Allein schon der Gedanke, wie sich ihre Großeltern fühlen würden, wenn sie einfach mal soeben in der Nocturngasse herumstromerten. Ganz zu schweigen von dem Hausarrest danach, der es fraglich machte, ob sie jemals wieder das ungefilterte Licht der Sonne sehen würde. Es dauerte eine unheimlich lange Dreiviertelstunde, ehe Tarsuin endlich in einem grünen Flammenstoß hustende auftauchte. In seinen Händen hielt er ein großes, in schwarzes Papier eingehülltes Paket. Auf seiner Schulter saß Tiki und sie schien mit der Welt sehr zufrieden zu sein. Was sich auch noch steigerte, als Rikas Art, Tarsuin heftig umarmte und gleichzeitig das kleine Wesen hinter dem Ohren graulte. Du machst dich schmutzig an mir, hörte Theresa Tarsuin murmeln, wobei er aber keinen Versuch unternahm, sich der Umarmung zu entziehen. Stattdessen drückte er seine russige Wange an die seiner Schwester. Sein Gesichtsausdruck war dabei extrem weich, fast verletzlich. Sie sah, wie er seiner Schwester etwas ins Ohr flüsterte. Okay, sagte Rika und trennte sich von ihm. Ich würde mal sagen, unsere drei Drecksspatzen hier gehen sich mal säubern. Vergiss dich nicht, erklärte Tarsuin frech, was Rika ignorierte. Und dann tun wir so, als wäre heute der Weihnachtsabend, den wir gestern ausgelassen haben. Außer unsere beiden Turteltäubchen hier. Rika, sagten Tarsuin und Winona vorwurfsvoll und beide wurden hochrot. Ach, sind sie nicht knuffig, lachte die junge Frau sie aus. So unschuldig und schüchtern. Hör auf, Rika, bat Tarsuin und ergriff sie bei der Hand. Zeig mir, wo ich mich waschen kann, ja? Aber klar, Kleiner, gicherte seine Schwester und flüsterte dann so laut, dass jeder es hören könnte. Und dabei kannst du mir alles von gestern erzählen. Die Antwort konnte Theresa nicht hören und wollte es auch gar nicht. Komm, sagte sie stattdessen zu Winona, die für das Mädchen untypisch verlegen zu Boden starrte. Du bist bei mir im Zimmer untergebracht. Wir haben zwar mehr als genug Räume für alle, aber die meisten sind leer und wir müssen auch ein weniger heizen. Deine Großeltern sind knapp bei Kasse, fragte Winona. Sie sparen, wo sie können, antwortete Theresa unverbindlich. Sie verschwenden ungern Geld. Außerdem ist mein Zimmer dreimal so groß wie deines und da haben wir zu dritt drin geschlafen. Pen, Rika nicht bei uns, fragte Winona und klang ein wenig wie zwischen Hoffen und Banken. Natürlich nicht, schüttelte Theresa den Kopf. Oder soll Media alleine schlafen? Oh, stimmt ja, dachte Winona nervös. Habe ich doch glatt verdrängt. Heiraten die beiden irgendwann? Keine Ahnung, angedeutet haben sie es noch nicht. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass dies nicht so schnell passieren wird. Warum? Aber nicht weitersagen, okay? War Theresa. Ich habe es nur durch Zufall gehört. Okay. Naja, Media hat Oma Caitlin anvertraut, dass er Nefara und Dür nicht mag, flüsterte sie. Und obwohl er es Rika nicht gesagt hat, weiß sie es, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es gut aufnimmt, schüttelte Winona nachdenklich den Kopf. Sie waren inzwischen in Teresas Zimmer angelangt und ihre Freundin duschte sich im Bad auf dem gleichen Gang erst einmal sauber und wechselte die Kleidung. Reisen mit dem Flohnetzwerk machten das immer nötig. Wir sollten unbedingt einen Reinigungszauber lernen, fand Winona, die ein Handtuch wie ein Turban trug, als sie das Bad wieder verließ. Aber zuerst müssten sie uns wenigstens erlauben, einen Trockenzauber zu verwenden. Du hast nicht zufällig einen Föhn, Theresa? Noch vor zwei Jahren hätte Theresa diese Frage nur mit einem dämlichen Blick beantworten können. Doch heute? Selbst wenn wir einen hätten, wir haben keinen Strom im Haus. Aber ich kann Samuel holen. Er hat im Moment die Hausaufsicht, weil meine anderen Urahnen beschäftigt sind. Und da steh dich. Nichts für ungut, aber Samuel ist mit dem Humor eines Zwölfjährigen gesegnet. Wenn er mir die Haare trocknet, sehe ich nachher vielleicht aus wie Peggy Bundy. Wer ist Peggy Bundy? erkundigte sich Theresa. Schon gut, lachte Winona. Das ist nicht unbedingt nötiges Allgemeinwissen. Im Grunde bedeutet es nur, dass er sich irgendeinen Scherz mit meiner Frisur erlaubt hätte. Das habe ich mir schon gedacht, kicherte Theresa hinterhältig. Und deshalb wollte ich ihn ja auch rufen. Eindeutig Slytherin, stellte Winona fest. Ich verstehe nicht, wie du jemals dachtest, nicht in dieses Haus zu gehören. Ich bin noch immer dieser Ansicht, dachte Theresa bei sich, lächelte aber weiter. Sie half Winona beim Flechten ihres Zopfes und ließ ihre Gedanken treiben. Eigentlich war es ihre Pflicht, ihre Freundin über den vergangenen Abend auszufragen, doch sie konnte sich nicht dazu durchringen. Es zerriss sie zwar fast vor Neugier, aber sie wollte es einfach nicht zugeben. Immerhin waren sie nicht knutschend und Arm im Arm aufgetaucht. Dies wäre ein wenig zu viel aufs Mal für sie gewesen. Im Moment schien es so, als hätte sie sich nicht verändert und dafür war sie dankbar. Wo sind eigentlich unsere Ur-Ahnen, fragte Winona. Um ehrlich zu sein, hatte ich einen ähnlichen Empfang für mich erwartet, wie ihn Tarsuin bekommen hat. Ist so ein Erwachsenending und hat wohl auch was mit Wohltätigkeit zu tun, erklärte Theresa. Ah, das Weihnachtsweigenblatt. Normalerweise gehen meine Eltern wie Muggel in die Kirche. Warum? fragte Theresa interessiert. Ihnen gefällt die Botschaft, zogte Winona die Achseln. Friede, Toleranz, Vergebung. Schade, dass die Muggel das alles nach Silvester schon wieder vergessen haben. Es ist also für die Katz und deshalb gehe ich da nicht hin. Außerdem muss ich immer lachen, wenn sie die Verwandlung von Wasser zu Wein oder aus Wasser gehen als ein Wunder preisen. Naja, es ist beides nicht unbedingt einfache Magie, meinte Theresa. Mag sein, aber denkt dran, sie verehren einen Zauberer, haben jedoch eine Zeit lang jeden verbrannt, den sie für eine Hexe oder Zauberer hielten. Das hab ich schon gewusst, bevor wir das in Geschichte der Zauberei hatten und hab deshalb so meine Zweifel. Aber egal, das muss wohl jeder für sich beurteilen. Was machen wir heute? Gibt es schon einen Plan? Oh, das ist einfach, sagte Theresa. Wir tun so, als wäre Weihnachten. Unsere Ahnen kommen gegen Abend wieder. Also machen wir uns ein einfaches Mittagessen und gehen dann fließend in die Vorbereitung für das Abendessen über. Tarsin kocht und wir spielen wie immer seine Handlanger. Abends ist ein gemütliches Beisammensein, Kinderausfragen und Bescherung. Das übliche halt. Kinderarbeit also mal wieder, sagte Winona ironisch. Tarsin und der letzte Sommer haben es für uns beide versaut. Das ist dir auch klar, oder? Unsere Eltern- bzw. Großeltern-Einheiten erwarten von uns inzwischen eine erwachsene Geisteshaltung mit dem Drang, uns entsprechend zu benehmen. Oh Gott, rief Theresa entsetzt aus, als wäre der Gedanke neu für sie. Wir müssen ganz dringend mehr Umgang mit Samuel pflegen. Ja, das sollten wir wirklich, flüchtete Winona bei. Aber erst nachdem wir mit lieben Augen und unschuldigen Gesichtern unsere Geschenke eingesackt und versteckt haben, abgemacht? Abgemacht. So spielten sie die lieben und fleißigen Mädchen bis zum Abend, was gar nicht so schwer war. Kochen mit Tarsuin und Rika hatte den unheimlichen Vorteil, dass man immer zum Kosten herangezogen wurde und es viel Naschwerk nebenbei gab. Hinzu kam noch, dass Opa Samuel in sehr guter Stimmung war und zum Beispiel die Plätzchen mit seinem Zauberstab ein wenig aufpeppte. Jetzt tanzten sie und sangen leise, aber furchtbar falsch Weihnachtslieder. Man konnte sie nur zum Schweigen bringen, wenn man ihnen den Kopf abbiss. Ein Opfer, das alle Anwesenden nur zu gern brachten. Lange bevor die Erwachsenen zurückkamen, waren sie fertig und sahen nur mäßig interessiert zu, wie Tarsuin sich um den Trutheim kümmerte. Er war gerade dabei, ein wenig Soße über die Haut zu gießen, als Rika sich zu ihnen herunterbeugte und etwas zuflüsterte. Tarsuin schüttelte zunächst den entschiedenen Kopf, doch dann, nach einigen weiteren Worten seiner Schwester, nickte er. Hey, ihr beiden, sagte Rika und schaute ernst zu Winona und Teresa. Tarsuin will euch etwas zeigen. Geht doch einfach mal mit ihm. Ich passe hier mit Sam auf das tote Federvieh auf. Erfahren wir jetzt, was in dem schwarzen Paket war? fragte Winona missbegierig und hüpfte sofort zur Tür. Teresa jedoch spürte ein hohes Maß an Beklemmung. Sie musste nur einen Blick auf den Jungen werfen und fühlte sich bestätigt. Sein Lächeln wirkte gequält und seine Schritte fast widerstrebend, als er sie in seine Kammer im Keller führte. Ein wenig bemerkte sie die Ironie dabei, dass dieses Haus wohl eines der wenigen in ganz England war, das Tarsuin mehrere geeignete Räume zum Schlafen zur Verfügung stellte. Was ja kein Wunder war, wo Werwölfe tobten, wo auch der perfekte Schlafplatz für ihn. Nur, dass man ihm wenigstens ein Bett gönnen konnte. Und unter diesem befanden sich zwei Pakete, von denen keines schwarz war, aber beide ungefähr die richtige Größe hatten. Tarsuin holte beide hervor, reichte sie jedoch nicht weiter, sondern legte die Pakete aufs Bett. Sind die für uns? fragte Winona neugierig und strahlte. Im Gegensatz zu Teresa schienen sie seinen fast traurigen Gesichtsausdruck nicht zu bemerken, oder sie ignorierte ihn bewusst. Nein, sagte der Junge leise. Es ist von Tiki und nur für Teresa, aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Geschenk ist. Was soll es denn sonst sein? fragte Teresa und runzelte die Stirn. Tarsuin schien nach Worten zu suchen. Er schaffte es nicht. Es war Winona, die sich ein Herz fasste, ihn aufs Bett drückte, sich daneben setzte und dabei seine Hand hielt. Was ist los, Tarsuin? fragte das Mädchen jetzt auch besorgt. Ich würde es wissen wollen, murmelte der Junge zur Antwort leise, ohne dass sein Zusammenhang erkennbar war. Komm schon, sag ein wenig mehr, drängte Winona. Statt gleich zu antworten, nahm Tarsuin eines der Pakete und hielt es Teresa hin. Das hat Tiki in Hogsmeade entdeckt, sagte er, sobald sie ihm das Geschenk aus der Hand genommen hatte. Mit einem mulmigen Gefühl öffnete sie vorsichtig die Verpackung, nur um verwirrt ein ganz normales Spiel auszupacken. Doch ein Verdacht hatte sie, was Tarsuin so zu schaffen machte. Ist das von meinem Vater? fragte sie und freute sich, als er nickte. Das ist doch toll, ich habe so wenig von meinen Eltern. Das ist mehr als nur ein Spiel, sagte Tarsuin leise und fand nun ordentlich ein paar erklärende Worte. Es ist eher ein Vermächtnis. Das haben solche Sachen manchmal an sich, bemerkte Winona. Das meinte ich nicht, sagte Tarsuin fast ein wenig heftig. Zum einen ist dieses Spiel ein absolutes Unikat, das niemals verkauft werden sollte, zum anderen ist es Teil eines Briefes an eine blinde Teresa. Im Verlauf seines letzten Satzes war Tarsuin immer leiser geworden und die abschließenden drei Worte waren fast unverständlich genuschelt. Ich werde es wohl nicht mögen, so wie du klingst, sagte Teresa mit mehr Mut, als sie gerade empfand. Der Spielkarton in ihren Händen wirkte plötzlich viel schwerer und ihr kam die schwarze Verpackung von vorhin deutlich passender vor. Du sagtest, eines hast du aus Hogsmeade, woher das zweite? fragte sie. Aus der Nocturngasse, natürlich, antwortete Tarsuin zaghaft. Sei mal ein wenig genauer, drängte Winona. Erzähl doch mal von Anfang an. Naja, begann er verlegen. Teresa, erinnerst du dich an unser erstes offizielles Hogsmeade-Wochenende, als wir bei Zonkus waren und ich halb im Spielregal hing? Teresa nickte und nach einer Gedankensekunde fügte sie ein Waage hinzu. Damals dachte ich, dass Tiki das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich gefunden hat und hab dich deshalb angelogen. Ich hab es mir zurücklegen lassen und Tante Clan gebeten, es am nächsten Tag abzuholen. Ich wusste ja nur, dass es von deinem Dad ist und wollte, dass du noch was von ihm hast. Nur wurde ich irgendwann neugierig und hab es heimlich ausprobiert. Seine Hände streckten sich Teresa entgegen und sie gab ihm das Spiel, welches er öffnete. Blöd, dass ich hier keinen Tisch habe, sagte er und stellte den unteren Teil des Kartons auf den Boden. Sofort klappte dieser sich in mehreren Schritten auf, und zwar zu einem großen Dreieck. Dann verwandelte sich der grobe Karton in ein grünes Seitentuch, auf dem drei Paar Hände in tiefrot abgebildet waren. Klirrende, leise Musik ertönte und aus einer kleinen Funken-Explosion setzte sich in der Mitte eine Kristallkugel zusammen. Das kann ich sehen, sagte Tarsuin. Aber erschrocken war ich darüber. Er legte beide Hände auf eines der Handpaare auf dem Tuch und eine Stimme ertönte, die Teresa nur aus ihren Träumen oder Begegnungen mit Dementoren kannte. »Willkommen, Teresa. Möchtest du mit deinen Freunden eine kleine Partie spielen?« Sie schnappte überrascht nach Luft. »Das Spiel erkennt mich als du,« sagte Tarsuin leise. »Und wenn ich allein bin, sagt die Stimme auch noch mehr. Teresa starrte ihn nur entsetzt an und brachte jetzt selbst kein Wort heraus. »Ich denke, das ist Absicht,« fuhr der Junge leise fort. »Du solltest das nur hören, wenn du blind bist. Ich denke, dein Vater hat nicht damit gerechnet, dass wir uns jemals begegnen würden.« »Ich verstehe nicht,« stammelte Teresa entsetzt. »Es ist eigentlich ganz logisch,« erklärte Tarsuin. »Du solltest die Botschaft nur erhalten, wenn du blind bist, Teresa. Deshalb hat er wohl den Erkennungszauber an deiner Krankheit festgemacht und er hat sie leider auch getrittelt.« »Was sagt denn die Stimme?«, fragte Winona ungeduldig. »Nicht viel,« entgegnete Tarsuin und ein schmerzhaft kurzes Lächeln zuckte durch seine Mundwinkel. »Nur, dass man Folgendes tun soll.« Er zog seinen Zauberstab, nahm den Deckel des Spieles, deutete auf die Innenseite und sagte, »Um zu sehen, braucht es keine Augen, um zu wissen, braucht es Kraft, doch vergeben kann man sich nicht selbst.« Teresa war, als hätte Tarsuin soeben einen Kältezauber gesprochen und sie war froh, dass nichts auf seine Worte hin passierte. »Gib mir deine Hand, Teresa,« forderte er. Sie folgte der Aufforderung. Er führte ihre Finger über die Innenseite der Abdeckung und sie fühlte sofort viele kleine Punkte. »Prell ihr Schrift«, erklärte der Junge das Offensichtliche. »Und was, was steht da?«, erkundigte sich Teresa. »Es ist unvollständig,«, Tarsuin ein wenig. »Ich habe nur den Anfang und das Ende gefunden.« »Ja, und das in der Nocturngasse?«, schimpfte Winona. »Wo da überhaupt? Und warum gerade da?« Ich hatte gelesen, dass die tiefen Kobolde ihre Augen kaum nutzen und das Licht als schmerzvoll empfinden. Deshalb dachte ich, sie hätten am ehesten Verwendung für ein Spiel, welches für Blinde gemacht worden ist. »Du warst bei den tiefen Kobolden? Ganz unten?«, staunte Winona. »Da, wo sie das Licht magisch unterdrücken?«, »Keine Ahnung, ob es da dunkel war oder nicht«, lächelte Tarsuin. »Und diesmal war es echt.« »Aber ich glaube, die Gnome waren ein wenig verwirrt, dass ich mir Zeit für längere Verhandlungen genommen habe und auch genau wusste, wie viel Geld ich an sie bezahlt hatte.« »Aber woher wusstest du denn, dass sie das Spiel haben?« »Ich habe im Nachtspiegel inseriert«, wurde Tarsuins grinsend breiter. »Fein Tipp von Tante Clan.« »Was zum Teufel ist der Nachtspiegel?«, fragte Winona verwirrt. »Eine Zeitung für Kobolden.«, Gnome, Vampire und so weiter. Hat alle Art von Nacht und Untertagewesen. Hat keine große Auflage. Aber den Tagespropheten lesen die da unten laut Tante Clan nur ungern. »Es hat ja auch geklappt und sie haben mir einen Postgräber geschickt. Der arme Kerl hatte mir seiner kleinen Schaufel ein echtes Problem, um durch den gefrorenen Boden zu kommen.« »Was ist ein Postgräber?«, staunte jetzt auch Theresa. »Ein kleiner Kerl, von der Stimme her so eine Art Hauself der Unterwelt, der genauso mies drauf ist wie Nabundus, einen bei dummen Kommentaren mit einer Kinderschaufel schlägt, viel langsamer liefert als eine Eule und dabei noch teurer ist. Dafür hat das Ministerium echte Probleme, sie zu kontrollieren.« »Aber sowas ist doch nicht illegal, oder?«, fragte Winona. »Aber nicht vorwurfsvoll, wie man es vielleicht erwartete, sondern eher so, als ob diese Information als nützlich angesehen wurde.« »Soweit ich weiß, nicht. Der Nachtspiegel auch nicht. Ist übrigens sowas wie eine Mischung aus Hexenwoche, Quibbler und Prophet. Nur mit einer anderen Gewichtung. Für uns ziemlich uninteressant, außer wenn du hören willst, was wir für dumme und angebildete Oberflächler sind.« »Na, so falsch ist das nun auch nicht«, meinte Winona ironisch. »Aber egal. Was sagt denn nun der Zweidrittelbrief von Teresas Vater?« »Ich wollte eigentlich warten, bis ich auch den Rest habe«, sagte Tarsuin und war sofort wieder ernst. »Es muss noch ein drittes Spiel geben, aber weder ich noch Tante Clan konnten es finden. Wahrscheinlich hat es noch deine Stiefmutter.« »Vielleicht auch nicht«, überlegte Teresa laut. »Tarsuin, erinnerst du dich? Letztes Jahr im Sommer haben wir doch dieses Spiel mit dem Schleim gespielt.« »Ja, das war gut«, grinste der Junge breit. »Das wollten wir nach Hogwarts mitnehmen.« »Mag sein«, wehrte Teresa ab, denn sie hatte das Spiel damals in den Abstellraum gefeuert, um es nie wieder sehen zu müssen. »Aber vielleicht ist es das Richtige.« »Es hat damals nicht auf mich reagiert«, erinnerte sich der Junge. »Aber ich war ja auch nicht 14.« »Ich hole es schnell, okay?« Ohne eine Antwort abzuwarten, rannte sie aus dem Zimmer und rauf zu ihrem eigenen. Teresa hatte wirklich Angst vor dem, was kommen würde, aber sie hoffte trotzdem, dass ihr Spiel das fehlende Drittel war. Denn jetzt, wo sie davon wusste, hätte sie die Ungewissheit niemals ertragen. Sogar die schon vorhandenen zwei Drittel würden sie vorlesen lassen, auch wenn vielleicht das Wichtigste fehlte. Sie rannte fast Samuel um, riss in ihrem Zimmer die Tür zur Rumpelkammer auf und wühlte hektisch nach dem Spiel. Das fand sie auch recht schnell. Nur die Suche nach dem Karton erwies sich als deutlich kniffliger, denn sie war damals wirklich nicht sonderlich sorgfältig gewesen. »Ist was, Kleine?«, fragte Samuel von der Tür. »Nichts, Opa!«, sagte sie schnell. »Ich brauch bloß mein Spiel von Vater.« »Das hast du doch schon neben dir liegen.« »Ich will aber auch den Karton!«, sagte sie und wusste, dass dies verdächtig klang. »Na, wenn du meinst!«, murmelte ihr Großvater. »Akio, Spielkarton!« Teresa pflückte das Gerufene aus der Luft, als es an ihr vorbeiflugen wollte und rannte wieder los in den Keller. »Tanke, alter Mann!«, rief sie im Vorbeistürm zu. »Alter Mann!«, empörte sich Samuel. »Ich werde dir gleich einen Fluch hinterherhetzen, das nicht mal deine Großmütter dich wiedererkennt. Alter Mann! Dafür gibt's nachher richtig was! Verlass dich drauf!« Sie achtete nicht darauf. Dass Samuel mal einen Anlass für Schabernack hatte, war eine nette Abwechslung und gutes Benehmen hatte noch nie dazu geführt, dass man weniger unter seinen Scherzen leiden musste. Einzig als Komplize hatte man Chancen, nach vorn zu kommen, nur um dann von Oma Catelyn gemaßregelt zu werden. Sie erreichte den Keller und kam schlitternd bei Tarsuin und Winona zum Stehen. »Ich hab's!«, verkündete sie unnötigerweise. »Na, dann mal raus mit euch beiden«, meinte der Junge entschlossen und streckte verlangt die Hände aus. Die Mädchen verstanden und gingen vor die Tür. Lange mussten sie nicht warten. Keine Minute später rief Tarsuin sie wieder hinein. »Es ist das Richtige«, sagte er leise und schaute dann ungefähr in Richtung Teresas Augen. »Du möchtest es hören?« »Ja«, sagte sie nur und schluckte einen dicken Frosch hinunter. »Aber kein Wort auslassen, okay?« »Das hatte ich niemals vor«, entgegnete er fest und nahm sich wieder die Verpackung vom ersten Spiel zur Hand. »Für meine Liebe Zuckerschnute Teresa. Wenn du dies hier liest, bedeutet das, dass ich deinen 14. Geburtstag nicht mehr erlebt habe. Kein Wunder, so wie es mir geht, um meine Verletzungen sind auch der Grund, warum ich dir auf diese Weise eine Botschaft zukommen lasse. Patrician mag eine gute Mutter sein, aber ich weiß, die würde dir nicht die Wahrheit sagen. Sei es, weil sie glaubt, mein Andenken schützen zu müssen oder um ihre eigenen Verfehlungen zu verbergen. Nun, zumindest muss sie ihr Versprechen erfüllt haben, denn du kannst dies hier lesen. Es tut mir sehr leid, dass es so kommen musste, aber es ist endlich das Richtige. Bitte gib ihr nicht die Schuld dafür, du findest sie bei mir. Das verwirrt dich jetzt sicher sehr, je nachdem, wie viel Patrician mitgeteilt hat, doch es ist die Wahrheit. Ich hoffe nur, du wirst mich nicht hassen, wenn du alles gelesen hast.« »Um zu erklären, was passiert ist, muss ich ein wenig in der Zeit zurückgehen. Deine Mutter war gestorben und ich gebrochen. Es war mein Hass auf die Riesen, der mich am Leben hielt. Ich jagte sie gnadenlos. Meine Gedanken waren immer nur bei Samantha, den Riesen und dem Tod. Und ich vergaß, dass das Leben und Zahmer in Form eines kleinen Mädchens bei mir waren.« »Erst als ich Patrician traf und sie mir ihre Gefühle gestand, fand ich ein wenig Halt.« »Wir kehrten zurück und es war deine Stiefmutter, die feststellte, was ich hätte sehen müssen. Dass du schwer am Sinnes-Tod erkrankt warst. Es war, als würde mein Herz ein zweites Mal zerrissen, wobei meine Schuldgefühle diesmal eine reale Grundlage hatten. Als Patrician mir dann von der Kur für dich erzählte, ergriff ich die Gelegenheit. Mein zweiter Fehler.« Tarsuin legte den ersten Karton beiseite und griff sich nun die Verpackung, die Theresa eben geholt hatte. »Dazu musst du wissen, was diese Kur wirklich ist. Sie ist nichts anderes als eine brutale Vergewaltigung der Gesundheit eines anderen. Durch ein schwarzmagisches Ritual entreißt man dem Opfer ein Stück seines Lebens, überträgt es in den Krankenkörper eines anderen und gibt dem Spender zum Ausgleich die Krankheit zurück. Natürlich fanden die Leute, die dies anboten, andere Worte dafür, um unser Zweifel zu zerstreuen. Ausgleich, Verantwortung, gesellschaftlicher Nutzen, Verdienst und vieles andere.« Am Ende überzeugten sie mich zu einem Test und sie zeigten mir einen kleinen Jungen. Er war vollkommen wahnsinnig. Seine Magie versuchte jeden zu töten, der ihm zu nahe kam, und er musste mit Gewalt daran gehindert werden, sich selbst umzubringen. Man sagte mir, er würde in den nächsten Wochen sterben und dass man nichts für ihn tun konnte. Doch wenn man ihm seine Magie nahm, würden die Pfleger nicht mehr in Lebensgefahr schweben und sein Augenlicht brauchte er sowieso nicht, denn sein Blick war nur auf einen Horror gerichtet, den er nur selbst sehen konnte. Das Ritual wurde durchgeführt und du konntest wieder sehen. Selbst dem Jungen schien es besser zu gehen. Sein Blick war leer, aber man konnte ihn nun ruhig stellen. Seine Schwester konnte nun zu ihm und sie schien sich rührend um ihn zu kümmern. Schon in derselben Nacht begann mich dieser Anblick jedoch zu verfolgen. Ich konnte diese leeren Augen in dem Jungen und die Verzweiflung bei seiner Schwester einfach nicht vergessen. Einige Tage versuchte ich, das zu ignorieren und weil ich mir geschworen hatte, niemals wieder Alkohol zu trinken, nahm ich Schlaftränke zu mir. Mit dem Ergebnis, dass ich selbst am Tag an nichts mehr anderes denken konnte. Jedes Mal, wenn ich dich ansah, sah ich auch den Jungen. Je länger es dauerte, desto schlimmer fühlte ich mich deswegen und nur die Tatsache, dass er bald sterben würde, ließ mich warten. Ich entschloss mich deshalb, kein zweites Ritual durchführen zu lassen. Wenn er starb und die Krankheit deshalb zu dir zurückkehrte, würde sie bei dir bleiben. Du warst noch sehr klein und würdest sich wahrscheinlich kaum daran erinnern, gesehen zu haben. Ich dachte, dies wäre ein guter Plan, denn ich musste meinen Fehler so nicht eingestehen und rückgängig machen. Ich musste einfach nur den Fehler ein zweites Mal vermeiden. Doch aus Wochen des Wartens wurden Monate und der Junge starb einfach nicht. Tarsuins Finger waren in der linken unteren Ecke des zweiten Kartons angelangt und er musste erst einmal das dritte Spiel auspacken. Die Mädchen wieder kurz aus dem Raum schicken und den Zauberspruch sagen, ehe er weitermachen konnte. Irgendwann war ich gezwungen zu handeln. Du wurdest älter und dein Erinnerungsvermögen wurde immer besser. Ich ging zu denen, die das Ritual durchführten, nur um zu erfahren, dass der Junge mit seiner Schwester geflohen war und dabei einen sehr wichtigen Gegenstand mitgenommen hatte. Sie konnten den Zauber nicht rückgängig machen. Ich war verzweifelt. Dich zu lieben und doch jedes Mal ein zerstörtes Leben in deinen, seinen Augen zu sehen, das war zu viel für mich. Doch ich hatte einen Eid der Geheimhaltung geschworen und den zu brechen war nicht einfach. Zum Glück hat mich deine richtige Mutter gelehrt, wie man Lücken im System findet und so brauchte es nur ein wenig Zeit. Doch bevor ich damit anfangen konnte, meinen Fehler wieder rückgängig zu machen, erhielt ich einen Hinweis auf die Mörder von Sama. Verzeihung, Samantha, ein letztes Mal, so versprach ich dir, wollte ich es noch tun. Tja, das ist wohl auch die Wahrheit, denn es war eine Falle und Verletzungen bei meiner Flucht haben mich wahrscheinlich doch umgebracht. Aber zumindest hatte ich noch die Zeit, Patrician das Versprechen abzunehmen, dich von meinem Fehler zu befreien. Nur als ich sie bat, dir später alles zu erzählen, hat sie mich offensichtlich angelogen und deshalb habe ich dir diesen Brief in drei Spiele eingebaut. Ich trickse sie nur ungern aus, aber ich will sicher gehen, dass du mit 14 Jahren weißt, was geschehen ist. Ich hoffe, du verstehst mich, wenn ich sage, dass man mit brutal entrissenem und gestohlenem Glück niemals ein wirkliches Leben führen kann. Ich wünsche mir inständig, dass du trotz deiner Blindheit glücklich bist, selbstbewusst und klug genug, um nicht die Fehler deines Vaters zu machen. Ich stehe ein für das, was du tust und sei dir gewiss, deine Mutter und ich haben dich immer geliebt. Ich wünschte nur, sie wäre da gewesen, um mich von mir selbst zu bewahren. Ich liebe dich, Teresa. Robert. Tränen strömten über Teresas Wangen. Mit leicht verschwommenem Blick bemerkte sie, dass auch Tarsyn feuchte Augen hatte und wurde dann von Winona in den Arm genommen, während eine leise, fiepende Tiki sich auf Teresas Schoß zusammenrollte. Es dauerte gut eine halbe Stunde, ehe sie sich wieder im Griff hatte, doch dann war sie sehr froh über das Gehörte. Sie hatte erfahren, dass ihre Stiefmutter zum Teil gelogen und vor allem, dass sie ein Versprechen an ihren Vater nicht erfüllt hatte. Winona fügte noch hinzu, dass Patrician wohl ziemlich viel von dem verkauft hatte, was eigentlich Teresa gehören sollte. Notazin blieb still und erst auf ein wenig Drängen von den beiden Mädchen sagte ihr etwas, dass Teresa sehr wehtat. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war ihr gar nicht aufgefallen, dass ihr Vater es tunlichst vermieden hatte, Aiden und Patrician mit dem Raub der Zauberkraft in Verbindung zu bringen.